Ja, das war heute Morgen in unserem schönen Hotel, in der Gartenanlage. Die Maschine wurde voll bepackt, stand die ganze Nacht dort rum und es war sicher. Ja, da sind wir auf dem Weg zum Ätna. Oben im Hochland viel, viel, viel Lava, schluckt ja jegliche Geräusche, wunderbar. Trotzdem geben wir alles. Hier gibt es ein Gruppenfoto ohne mich, auch das kommt vor. Und ja, da spuckt der Ätna schon im Hintergrund und jetzt spuckt er richtig. Es ist phänomenal und kurz darauf, so als ob nichts gewesen wäre. Da kommen wir an im Hotel und das ist jetzt der Ausblick vom Balkon. Bis dann.